Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video von Gustav Kolibri. Heute spielen wir MlG Rush mit diesem Typen hier. Mein Gott, ich kann in dieser Perspektive nicht spielen. Also mit Klette, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, er hat mich schon mehrere Male darum gebeten, dass ich mal aufnehmen soll und wir zusammen spielen sollen. MlG Rush am besten. Wir haben uns auch kennengelernt in einer Runde MlG Rush und es leckt bei mir gerade ein bisschen. Okay, komisch. Ich versuche das Beste daraus zu machen. Am Anfang war es, ich sag mal, relativ easy. gegen ihn zu gewinnen. Aber plötzlich ist er irgendwie voll gut geworden und ich habe nur noch knapp gewonnen. Verloren habe ich, glaube ich, noch nie gegen ihn. Höchstens knapp gewonnen. 8 zu 10 war es, glaube ich, keine Ahnung. Als wir das letzte Mal gespielt haben. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall, als ob du das überlebt hast. Also wir versuchen jetzt die Runde zu gewinnen. Und tut mir leid, dass ich ein bisschen erkältet bin, aber so ist halt das Leben. Ja, ähm, versuche aber so gesund wie möglich zu klingen. Ja, und äh, ich bin auch der Deutschprofi, weil ich mich gar nie verspreche. Ey, 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 Mann. Ich spiele übrigens im Moment auch gar nichts mit meiner richtigen Maus. Deshalb. Ja, ist vielleicht ein bisschen komisch. Also, der nächste Punkt, der Reihe zu zwei, eben wie gesagt, er hat sich gebessert. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob der Rest meiner Zuschauer, MLG Rush, spannend zum Zuschauen findet. Aber, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich mehr von so MLG Rush nur MLG Rush aufnehmen soll und hochladen soll und so. Ich versuche es wenigstens ein bisschen spannend zu schneiden. Also, ab jetzt versuche ich in den spannenden Modus zu wechseln. Oh mein Gott, das wird ein spannender Fight. Wer wird gewinnen? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, unentschieden. Wer wird dieses Battle noch gewinnen? Dies und vieles mehr. Gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Nein, Spaß. Ich versuche jetzt einfach mal. Oh Gott, ich wechsle gleich wieder die Maus, ey. Ich komme schon klar mit der Maus. Es ist nicht so ein riesiger Unterschied. Ob ich jetzt mit dieser Maus oder mit der anderen spiele, aber ich habe eben diese Maus mal ausgewählt, weil ich da bisschen, die Betonung liegt ganz stark auf bisschen, abusen damit kann, so, hört mal. Das ist ein bisschen abusen, aber ich schaffe es auch nicht. Ihr könnt auch gerne mal links oben auf den Klickzähler achten, wenn ich jetzt mal abuse, Achtung. Also es ist nicht so, nicht das perfekteste Abusen, weil ich da ungefähr drei Klicks pro Mal, pro Abusstrich sozusagen hinbekomme. So, endlich, der nächste Punkt, 5 zu 4. Also es ist wirklich, ist spannend, wollte ich sagen. Oh, 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 was war das für ein Kombo? Was? Oh mein Gott, war, war echt schon krass, aber es leckt ein bisschen. Ja, genau, meine FPS, was ist mit meinen FPS los? Schaut mal, ja, 50, 45, 54 FPS. Damit kann doch kein Mensch spielen. Ja, ihr wisst ja Bescheid, so, und da habe ich schon gewonnen. Sehr schön, und was machen wir als nächstes? Noch eine, noch eine Runde, oder wie? Okay, Leute, jetzt aber nur in dieser nächsten Runde, nur die besten Ausschnitte. Ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja. Okay, da habe ich die Runde gewonnen. Er ist irgendwie hier recht in die nächste Runde gegangen. Ich habe 10 zu 2 gewonnen. Und ja, was, was machen wir jetzt? Leute, da sind wir schon in einer Runde Bad Wars 4x2 Variante auf dem Nergs Race. Nicht, sorry. Ich muss ganz viele Blöcke platzieren. Willst du bauen? Okay, das letzte Mal, als wir zusammen gespielt haben, hatte er eben die No Block Place Challenge. Also, ja, ich schmeiße ihm mal meine Blöcke noch zu. Also, das heißt, dass er keinen Block platzieren durfte. Aber jetzt muss er anscheinend möglichst viele Blöcke zerstören. Okay, da ist auch schon Team Grün. Die werde ich doch jetzt mal easy mit dem First Rush holen. Oh shit. Nein, doch nicht. Ja, tut mir leid, jeder kann sich ja mal ehren. Oh shit, da kommen die ja schon. Mein Gott. Oh shit. Oh ho ho. Habt ihr das gesehen? Double Kill einfach mal. Shit, jetzt kommen da noch die anderen, die beiden gelben. Und Team Blau ist natürlich schon ausgeschieden. Und wir sind natürlich wieder mal im Sandwich. Oh my God, Stack Battle. So, dich habe ich aber mal easy. Oh shit, hab ich ihn? Ja, ich... Oh shit, okay. Ich glaube, ich spring mal runter. Weil mit zwei Herzen kann ich sowieso nichts mehr machen. Okay, das wird schwierig. Ja, ich hab's doch gesehen. Ich hab's gesehen. Oh shit. Nein, Mann. Irgendwie MLGs in MLG Rush oder in Stick Duel gelingen mir immer. Aber in Bad Wars fast nie. Aber jetzt habe ich auch mal Block MLG in Bad Wars geschafft. Cooles Gefühl, muss ich sagen. So, grün oder gelb? Gelb. Die haben das Bett noch nicht eingebaut. Bei grün habe ich es ehrlich gesagt nicht ganz gesehen. Oh my God. Gesehen. Der hatte ja schön viele Blöcke in seinem Inventar. So, nein. Mann. Ey, diese wenigen FPS, die... Mein Gott. Oh shit. Da ist ja einer. Oh my God. Das ist ganz blöd. Und Kletter hat ihn aber bekommen. Ja, die haben Schneebälle. Die haben Schneebälle. Oh shit. Schon wieder Block MLG geschafft. Scheiße. Mann. Das... Die holen uns jetzt, ey. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Mit solch wenigen FPS und 2 gegen 1 oder sowas. Das Bett ist noch da. Das Bett ist noch da. Uff. Ja, das kannst du laut sagen. Aber... Wieso schreibst du das nicht im öffentlichen Chat? Hast du jetzt gerade Chatbank bekommen oder wie? Oh shit, da ist... Oh shit. Easy. Haben. Easy. Ganz easy war das. Okay. Kleines Problemchen. Dich muss ich töten. Und ich wurde zu CW eingeladen. Äh... Spiel ich noch gerne, obwohl ich es gar nicht kann. Aber... Äh... Ich bin eher der... Normale Badwurst Spieler. Anstatt der CW... Spieler. Ich bin aber auch da... Oh scheiße. Hä? Hast du jetzt wieder so ein Leck oder wie? Okay. Oh shit. Leute, ich hab ja das Texture Packer rausgenommen. Das sieht richtig ungewohnt aus. Das Default ist jetzt drin. Ich weiß nicht... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schaut mal auf die FPS. Ich hab über 100. Oh shit. Oh oh. Ich bin alleine. Gleich mal ins Spinnnetz setzen. Oh shit. Das wird jetzt nochmals... Richtig spannend zum Schluss. Go go. Schaffst du. Danke sehr für dein Vertrauen. Oh Gott. Ich hab immer Angst, dass hinter mir einer kommt. Leute, das wird... Oh mein Gott. Haben die ihr Bett... Die haben nicht mal ihr Bett noch zu... Äh... Äh... Mein Gott. Ich Deutschprofi. Ich können ganz gut sprechen Deutsch. Äh... Nein. Aber die haben ihr Bett noch nicht zugebaut. Zwei versus eins. Oh shit. Oh mein Gott. Ich muss jetzt echt safe spielen. Hier. Oh shit. Die springen auf mich, wenn ich das mache. Wenn du es schaffst. Näh. Ja, wenn ich das schaffe, dann schuldet er mir... Äh... Unendlich Likes. Nein, Spaß. Das gibt's nicht. Leider gibt's das nicht. Wenn ich da stehe, sollte ich theoretisch das schaffen. Also, ich springe hier runter. Scheiße, ich hab zwei Spinnnetze platziert. Nein, komm. Der andere hat einfach das Bett geklaut. Komm. Bitte. Oh shit. Ich bin halb im Spinnnetz. Den einen hab ich. Oh Gott. Oh mein Gott, schreibt er. Ja. Wirklich. Oh mein Gott. Oh shit. Ich bin auch im Spinnnetz. Gott sei Dank. Oh. Oh mein Gott. Da kommt der andere. Nein. Er hat Rüstung an und der auch. Und ich bin tot. Shit, Leute. Aber das war... Es war ziemlich knapp. Ziemlich knapp. Und spannend vor allem. Leute, das war's mit dem Video. Wie gesagt, falls ihr mehr von so MLG Rush sehen wollt. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Deshalb schreibt mir gerne in die Kommentare. Ob ihr einfach mehr von so MLG Rush umzusehen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.